Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von programmieren-starten.de. Mein Name ist Janek Brün und heute habe ich ein kleines Infovideo für euch, in welchem ich euch ein neues Format vorstellen möchte, das künftig auf dem Kanal erscheinen soll. Ich habe mir schon lange Gedanken darüber gemacht, wie ich euch, also die Community, auf dem Kanal hier ein bisschen mehr mit einbeziehen könnte. Und man kann es sich ja sicherlich schon denken, bei einem Programmierkanal ist das nicht so ganz einfach. Ich bringe hier nämlich hauptsächlich Tutorials oder Podcasts oder sowas. Und da die Community mit einzubeziehen, ist ein bisschen schwierig. Jetzt habe ich aber neulich ein Video gemacht, in welchem ich meine eigenen Spiele vorgestellt habe, die ich so in den vergangenen acht Jahren selber programmiert habe. Und dieses Video, das kam sehr gut bei euch an. Ich habe gehört, dass das einige von euch inspiriert hat und auch an der überdurchschnittlich hohen Klickzahl für diesen Kanal habe ich gesehen, dass euch sowas wirklich sehr interessiert. Jetzt habe ich mir also gedacht, mache ich sowas doch einfach nochmal. Stelle ich doch einfach mal ein paar weitere Spiele vor. Aber nicht Spiele, die ich programmiert habe, sondern am besten Spiele, die ihr programmiert habt. In meinem neuen Format möchte ich Spiele vorstellen, die Mitglieder aus der Community hier programmiert haben. Ich gebe also euren eigenen Spielen eine Bühne und stelle sie vor ein paar hundert Menschen jeweils in einem eigenen Video vor. Ich packe dabei auch einen Link zum Spiel immer in die Videobeschreibung, sodass auch alle Zuschauer hier eure Spiele selber spielen können. Und ich denke, dass das eine sehr spaßige Angelegenheit für jeden von uns wird. Ich spiele allgemein sehr gerne Spiele, die Zuschauer hier lassen sich gerne von anderen Spielen inspirieren und spielen sicherlich auch sehr gerne. Und ihr bekommt mit euren Spiel eine kleine Bühne. Wie werden die Videos jetzt aber aussehen? Nun, ich werde in den Videos euer Spiel spielen, ich werde also Gameplay davon zeigen, dann werde ich natürlich auch über das Spiel sprechen und ich werde Verbesserungsvorschläge und allgemein Anregungen geben, mit welchen ihr euer Spiel unter Umständen verbessern könnt. Damit ich eure Spiele vorstellen kann, muss ich diese natürlich haben. Wie könnt ihr mir nun eure Spiele zusenden, damit wir das Format hier auch wirklich realisieren können? Nun, ich blende euch jetzt im Video eine E-Mail-Adresse ein, über welche ihr uns eure Spiele senden könnt. Das ist also mal das Erste. Diese E-Mail-Adresse nutzt ihr, um Kontakt mit uns aufzunehmen. In eure E-Mail, die ihr uns dann sendet, müsst ihr einen Download-Link zu eurem Spiel packen, damit ich das dann auch runterladen kann. Also keinen Anhang oder sowas machen, sondern wirklich einen Download-Link senden. Jetzt möchte ich natürlich nicht irgendwelche Links anklicken, die ich nicht kenne, sondern ich möchte, dass diese Links auf Plattformen leiten, denen ich auch wirklich vertraue. Deshalb müsst ihr euer Spiel auf itch.io hochladen, wenn ihr mir das senden wollt. Das ist eine Website, auf welcher jeder Spieleentwickler sein eigenes Spiel kostenlos hochladen kann. Und ja, darüber kann man seine Spiele dann veröffentlichen. In die E-Mail, die ihr mir dann schreibt, packt ihr dann einfach einen Link zu eurem Spiel auf itch.io und ich downloade es mir dann dort. So, jetzt ist ganz wichtig, dass ich hier noch ein paar Regeln aufstelle, bevor ich das Ganze hier starte. Erstmal müsst ihr die Spiele, die ihr mir zusendet, auch selber gemacht haben. Das ist schon mal das Wichtigste. Dann dürfen diese Spiele keine Copyrights verletzen. Ihr müsst also entweder die Lizenzen zu den Ressourcen im Spiel besitzen oder ihr müsst diese Ressourcen einfach selber erstellen. Dann werde ich keine Spiele mit folgenden Inhalten vorstellen. Sexuelle Inhalte, Drogenkonsum, psychische oder physische Gewalt gegen Kinder, rassistische Inhalte und so weiter. Ihr könnt euch das ja sicherlich selber denken, dass ich solchen Dingen keine Bühne geben will. Und auch andere Inhalte, die sehr anstößig sind, werden hier natürlich nicht gezeigt. Also, das könnt ihr euch dann wahrscheinlich selber auch denken, ob was jetzt zu hart ist oder nicht. Das ist ja gesund am Menschenverstand. Gegen ein bisschen Gewalt in Videospielen ist natürlich nichts auszusetzen. Also, wenn da jetzt Blutspritze oder so in eurem Spiel, dann ist das gar kein Problem. Das ist ja völlig normal. Da kann ich ja unter Umständen auch eine kleine Warnung vor das Video machen, damit das auch Leute wissen. Also, das ist gar kein Ding. Aber Dinge, die halt extrem anstößig sind und auch in der Realität passieren, das will ich nicht. Und dann gibt es da noch eine weitere Sache, die ihr unbedingt noch in die E-Mail reinpacken sollt, über welche ihr uns euer Spiel sendet. In der Videobeschreibung steht folgender Text. Ich, dein Name, gebe den Inhabern vom YouTube-Kanal Programmieren Staaten die Erlaubnis, mein Spiel, Spielname einfügen, in einem YouTube-Video vorzustellen. Das ist einfach noch für uns so eine kleine rechtliche Absicherung. Da erteilt ihr uns dann also einfach diese Erlaubnis. Also, da wo dein Name steht, fügt ihr einfach euren Namen ein. Und da wo Spielname einfügen steht, da fügt ihr halt den Namen von eurem Spiel ein. Und damit gibt ihr uns dann einfach nochmal über die E-Mail die Erlaubnis, dass wir zu eurem Spiel, das ihr uns sendet, ein Video machen können. Und ja, das wär's eigentlich. Zu guter Letzt möchte ich noch anmerken, dass ihr da nicht schüchtern zu sein braucht. Ihr könnt uns jedes Spiel senden, das ihr programmiert habt. Ob ihr jetzt ein kompletter Neuling auf dem Gebiet der Programmierung seid oder ob ihr schon sehr fortgeschritten seid, was das Ganze betrifft. Wir sind offen für alles und wir zeigen auch gerne alles. Hier werden natürlich keine Spiele irgendwie lächerlich gemacht oder so. Hier wird wirklich darauf geachtet, dass ihr mit den Videos dann was anfangen könnt und dann euch auch entsprechend verbessern könnt. Also hier wird sich, wie gesagt, über niemand lustig gemacht oder sonst was. Jedes Spiel ist hier willkommen. So, und zu guter Letzt wiederholen wir nochmal kurz die Schritte, die ihr gehen müsst, wenn ihr wollt, dass ich euer Spiel in einem Video vorstelle. Ihr müsst mir eine E-Mail senden über die E-Mail-Adresse, die gerade auf dem Bildschirm angezeigt wird. Also, da müsst ihr mir eine E-Mail hinsenden. In dieser E-Mail muss ein Download-Link zu eurem Spiel auf itch.io drin sein. Okay? Ihr ladet also einfach euer Spiel auf itch.io hoch, packt dann den Download-Link dazu in eure E-Mail, die ihr mir sendet und dann kann ich es darunter laden. In dieser E-Mail könnt ihr mir ruhig auch ein paar Infos über das Spiel mit reinschreiben, wie zum Beispiel den Verlauf der Entwicklung oder sowas, was euch dazu inspiriert hat, das Ganze zu entwickeln. Da könnt ihr einfach mal schreiben, was ihr wollt, wenn ihr da Lust drauf habt. Und ganz wichtig, in der Videobeschreibung ist auch noch dieser Text mit der Erlaubnis. Den fügt ihr bitte auch noch in die E-Mail ein, damit wir auch wirklich wissen, dass wir von euch die Erlaubnis haben, zu diesem Spiel ein Video zu machen. Und dann möchte ich auch noch mal kurz auf die Regeln zu sprechen kommen. Die Regeln waren ganz einfach. Das Spiel muss euch gehören, ihr müsst das gemacht haben. Es dürfen keine Copyrights verletzt werden, es darf keine anstößigen Inhalte beinhalten. Und ja, ein bisschen Blut ist schon in Ordnung. Also wenn das ein bisschen Gewalt beinhaltet, dann ist das jetzt auch kein Ding. Aber ja, das werde ich dann selber abwägen, ob da jetzt was zu viel ist oder ob das in Ordnung ist. In diesem Sinne war es das aber mit diesem Video. Ich hoffe, ihr sendet mir zahlreich eure Spiele. Ich habe da richtig Lust drauf, die zu spielen und euch da Verbesserungsvorschläge zu geben und eure Spiele allgemein mal vorzustellen. Weil wir sind hier einfach eine Community, das muss man einfach mal sagen. Und jeder gehört hier dazu. Da will nicht nur ich meine Spiele vorstellen, sondern ich will auch zeigen, was ihr so macht mit dem Wissen, das auf diesem Kanal so vermittelt wird. In diesem Sinne war es das mit diesem Video. Ich freue mich auf eure Einsendungen und verabschiede mich. Auf Wiedersehen.